halli hallo hallo ich meine lieben freunde und herzlich willkommen zur hitman beta ja und zwar das ganze auf der ps4 ich sitze kurz nach der star wars session ich bin also ein bisschen müde aber ich möchte mir gerne dieses spiel anschauen mit euch denn es ist bloß noch bis morgen da und dass wir haben jetzt sonntag und ja aber mal schauen grafisch muss ich sagen sieht es auf jeden fall schon mal top aus was mich bei dem spiel ein bisschen stört muss ich sagen ist dass es in episoden rauskommt dass man nicht gleich das volle spiel kauft das ist so die sache die bisschen von dem spiel ja negativ bedrückt sagen wir mal so also apropos falls euch wundert man hat hier wirklich auf dieser landfläche stand da 20 jahre vorher oder so 20 jahre früher und dann dass man hier also man wird direkt hierhin geschmissen davor kommt ein ladescreen das nicht dass ich das denke ich habe jetzt mit dem spiel angefangen All your enemies, only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose fieldwork never is. Tell me, what did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Entschuldige Freunde, ich glaube ihr habt jetzt auch alles doppelt gehört. Ich weiß es nicht. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? I'm blind. Anti-social, apathetic and unresponsive. No doubt the boy show's promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Welcome to Advanced Training. Your first mission originally took place in Sydney, Australia. The target was Calvin Ritter, also known as the Sparrow. Master thief for hire, specializing in rare and priceless art. Our Agent cleverly infiltrated Ritters private yacht during a social gathering and discreetly eliminated him without any of the guests noticing. Now you will do the same. Oh, and don't worry about the training operatives. All weapons are simulated. Good luck, initiate. Settings. Da oben. Da kommt man... Ja... Untertitel möchte ich gerne anhaben. Controlled. Ja, werden wir rausfinden. Gameplay Fixed Map. Puh, keine Ahnung. Wie werden das immer... So, okay. Ja, alle Waffen hier dritte sind simulierte Waffen. Paul, are you serious? Looking like that. Jo, I'm not... Also, wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht. Das heißt, wir brauchen erstmal ein paar Klamotten. Oder wir können auch... Okay, ich probiere erstmal die Tasten aus hier. Hier kann ich bestimmt schlagen oder so. Ne, gerade gar nichts. Mh... Ducken. Ducken ist gut. Take cover. Mit Kreis. Äh... Textfunde blablabla. Achso, wir müssen klicken. Gut. So, wir können jetzt, äh... Natürlich, wir uns umziehen. Und ich... Wir müssen uns umziehen. Okay. Okay. Also, jetzt hab ich ihn gerade... Wo kann man den... Ah... Wo kann man den reinschmeißen? Kann man den da reinschmeißen oder was? Schön, wo kann er hinzugehen? Okay. Wenn wir uns mal normal benehmen hier. Was haben wir denn hier? Achso, jetzt kann ich mich wieder umziehen. Okay. 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 Sehr schön. Wir sind ein Mechaniker jetzt. Mechaniker. 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 Ähm... Ja, kann man dann von da... Ja, von da kann man rein. Als Mechaniker. People market... Blablabla. Ich soll mich nicht sehen. Okay. Ja, ja. Und wie kann ich... Und wie kann ich... Was macht er? Ich weiß nicht, was ich habe. Ich weiß nicht, warum Mr. Ritter legt es um. Ich weiß nicht, warum er ihn übernimmt. Nein, nein. Hm. Da könnte ich rein. Herr, wer bist du? Hört mich doch. Hm. Okay. Okay, wir sind aufgefallen. Ja. Das ist normal bei dem Spiel irgendwie bei mir. Hier. Wo ist er hin? Upsala. Okay, also. War das hier stämlich. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, sieht so aus, als mache ich nur noch Scheiße hier gerade wieder. Das ist ja für Hitman... für mich normal. Tag. Ach. Achso, ich kann hier... Achso, ich kann hier... Ich kann mal hier die Waffe nehmen... Ich kann hier die Waffe nehmen. Oh. Oh. Aha. Das ist natürlich die Menschenmasse aufgeregt. Schussgang, wo muss hin müssen... Los. Der sieht uns gleich. Da sieht uns gleich. Poison Kann man denn die Waffe wegstecken? Achso, man muss das Gift holen Ja, ich stell mich schon wieder an Ja, aber wird halt, wie gesagt, hier einfach hier einfach reingeschmissen Ich hab natürlich kein Dünst Ich kann nicht die Waffe eigentlich wegstecken Achso, hier kann man mit den Richtungstasten kann man, aha Ich würde das gerne wegstecken Ah, mit oben, aha Was sieht mich denn hier Weil natürlich diesen Typen haben Ich mach das jetzt einfach auf meine rabiate Art und Weise Ich glaub den Typen hier muss ich Ne, das ist bloß ein Ah, da ist er ja So, sehr schön Alter Der hat mich jetzt aber schnell gesehen Okay, wo ist er hin? Da unten läuft er rum Nein Irgendwie nervig Alter Ich seh'n mich ja alle Das ist ja übel Ja, und bei dem Ruggeln nicht nicht drüber nachdenken Es ist immer noch eine B da Ja, wo, wo, wo war er denn jetzt? Ist er wieder hochgelaufen? Ich könnte durchdrehen Vorhin items Mhm Guten Tag I will be forced to... Hey, stop that, right now! Oh, yeah? Ah! Oh, shit! Okay, so... Very unorthodox. Dann haben wir noch dieses. Okay, wir können jetzt natürlich den hier schnappen. Zack! Kann man den jetzt auch noch reinnehmen? Ah, shit, jetzt bin ich wieder... Yacht Crew. Hm. Also es ist im Prinzip wie das, äh, Dings. Damals das Absolution. Dann haben wir hier noch. Oh, ein Hammer! Wir haben definitiv viele Möglichkeiten, den Typen... Ich nehme aber erstmal wieder das. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, bipsch! Wir müssen wieder hoch. Habe ich es jetzt geschafft, dass man mich... ...nicht mehr entdecken kann, oder? So. So, da steht er. Guter Neue, haha. Okay. Ein kleines bisschen Gift, oder so, wär cool. So. Okay. Da, da quatscht ich jetzt hier seinen Scheiß zusammen. 蛤, da quatscht ich jetzt hier seinen Scheiß zusammen. Lön, 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 lönlöööööö ooouu... Lân, lön, lön, lön! Ich denke mal, das wird alles aber noch deutsch sein. Später. nicht werden wir meine target folgen ja ist okay die frage es gibt es hier drinnen irgendwas das Oh fuck, oh fuck. Ein Stück doch. Okay. So, schon werden wir nicht verdächtigt. Okay, war ja ganz gut, auch wenn wir am Anfang ein bisschen verkackt haben. Und das Schöne ist, der wird verdächtig. Okay, ich darf hier nicht von der Jagd runter, wenn ich ein Böser, äh, wenn ich ein Typ bin. Nicht. Okay. Okay. Schade, ich kann hier nichts nehmen. Okay, ich dachte, ich kann hier jede Klamotten anziehen. Frauentoilette. Ich darf hier überall hin, denke ich mal. Na cool, wenn es hier irgendwas gäbe, weil so ein Einzelner da war. Ah. Toll, hätte ich auch Lacht, äh, Jagdcrew bekommen können. Ach. Hm. Hm, sag doch. Ach. Hm. Hm. Hm, sag doch. kommt da jemand cool so ist denn hier noch irgendwas das so wieder ein polizist halt nicht ins wasser fallen und schallali das zeige ich hier rausgehen können war klar da hinten ist exit ja obwohl wir am anfang verkackt haben die ganzen gedöhnt haben wir es doch geschafft ach komm wenn dann wir endlich mal so wie wir angefangen haben so fuck sehr schön challenge complete meine lieben Freunde ja dann würde ich auf jeden Fall mal sagen ähm kommt jetzt hier wieder ein Zwischensequenz haha how did you know i told you he had talent his stats are off the charts such skills and reflexes they could only be the result of previous training power like that with no moral restraint it could be dangerous i thought that was rather the point sir all agents have weak spots miss burnwood pressure points to keep them in check but this one perhaps it would be better to just give me a chance sir give him a chance i will take full responsibility very well it's your show welcome back initiate as an ica agent every challenge you face can be overcome in multiple ways complete this exercise again this time attacking it from a different angle vary your strategy improvise we will be watching ja okay da würde ich sagen und da sind wir auch gleich mal an einer Stelle wo wir sagen können wir beenden heute mal den Part und wir sehen uns dann morgen wieder zu dem nächsten Part angezockt von Hitman der Beta und da würde ich sagen ciao bis morgen 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 Vielen Dank.